Liebe Zuschauer, in diesem Video stelle ich euch das Spiel Ligretto, das Brettspiel vor. Viel Spaß. Damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ligretto, das Brettspiel von Rudi Biber, das Ganze erschienen bei Schmidt. Ligretto, ich glaube zum Kartenspiel brauche ich nicht allzu viel sagen. Da haben wir auch schon Videos gemacht, ein verdrücktes, hektisches Spiel, genau das Richtige für mich. Ihr wisst ja, der eine oder andere hat mich sogar nach dem Video angeschrieben und bedankt für die lustige Sequenz. Ja, Papa legt es gar nicht, das Spiel den Kindern, aber umso mehr und da machen wir erst recht. Aber wir haben hier das Brettspiel vor uns. Es ist für zwei bis vier Spiele ab acht Jahre, kann man durchaus auch für Jüngere spielen, wenn ihr schon ein bisschen Ligretto erfahren seid. Und geht 20 Minuten, ist auch ein Hektikspiel und genau das möchte ich euch jetzt in diesem Video erklären. Und abschließend gibt es dann auch ein Fazit. So, das erste fällt schon auf, ja, das Brettspiel, das hat natürlich ein Brett-Puzzleteil, das wird zusammen gepuzzelt. Abhängig von der Spieleranzahl, größer, kleiner, es wird sogar in Varianten angegeben, ihr könnt sogar ein bisschen in die Seite steuern, bleibt euch überlassen. Ich habe es jetzt einfach mal so standardmäßig aufgebaut und die einzelne Marke, die legt man einfach auf einen gewissen Punkt. Jeder Spieler hat gewisse Teile, die natürlich farblich zueinander passen, beziehungsweise nicht passen, weil man muss sie nachher hier anlegen. Und die haben Linien, das heißt, der müsste darauf schauen, dass er am Anfang das Material schön trennt. Ich habe jetzt hier Doppellinien und ich nehme alle Kärtchen, wo sie Doppellinien drauf sind. Auch die beiden Joker und auch hier dieses Ablageteil. Das heißt, diese Kärtchen nehme ich, mische sie, lege sie von mir ab oder ich nehme sie einfach auf die Hand, weil später ziehe ich hier immer Plättchen runter und lege die dann an. Kann der eine oder andere so oder so spielen, klar, bei Karten nehmen wir sie immer auf die Hand, ihr könnt sie aber auch hier spielen. Und die zwei Joker lege ich nebendran, die Punktechips auch in Griffweite. Was muss man denn überhaupt machen? Ich glaube, der eine oder andere, dem ist vielleicht klar, wenn man das schon sieht, eigentlich erklärt sich schon fast allein, weil ich ziehe ein Kärtchen. Und das Kärtchen, das muss ich jetzt irgendwo passend anlegen. Hm, da passt es nicht. Was heißt hier passend anlegen? Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen tricksen, damit man das auch hier hinbekommt. Das heißt, ich schaue, wo kann ich das Plättchen anlegen. Und es muss zu einem Stein passend sein. Das heißt, hier würde es passen. Den Stein ziehe ich dann auf dieses Feld. Jetzt kann man im Prinzip hier auch, also hier, hier, hier und hier kann man auch Kärtchen anlegen. Jetzt schaue ich mal, habe ich wieder ein passendes Kärtchen? Oh, das ist jetzt Glück. Das passt. Und den Stein ziehe ich dann wieder zum Endfeld. Nicht auf dieses, sondern an den letzten Endpunkt. Ich habe auch die Möglichkeit, so einen Joker anzulegen. Dann lege ich dann hier drauf. Und jetzt darf nur ich eines dieser Kärtchen hier hinlegen, weil ich einen Joker platziert habe. Das Ganze spült man natürlich gleichzeitig. Mal schauen, ob ich da noch ein paar Sequenzen habe für euch. Dann zeige ich das für euch noch. Ansonsten, in dem Fall, ist das ganze Prinzip ja jetzt eigentlich schon vollständig erklärt. Ziel ist es natürlich, die Kärtchen loszuwerden. Ganz klar. Das geht natürlich recht schnell, insbesondere wenn man mit der Silke spielt. Also meine Frau mit dem Elias spielt. Da kann ich kaum schauen. Da bin ich froh, dass ich gegen die Alina dann ab und zu mal gewinne. Weil das geht so schnell. Man nimmt die Kärtchen, schaut, passt nicht. Okay, passt auch nicht. Irgendwann muss ich vielleicht den Stapel wieder auf die Hand nehmen, ganz klar. Weil ich so schlecht war. Manche brauchen es gar nicht, weil dann passt es. Und die legen die Joker. Wenn ich also alle Kärtchen weg habe, dann sage ich, legretto, stopp. Die Joker können ich übrigens noch auf der Seite haben. Die muss auch ich nicht weghaben. Das ist optional. So ein bisschen zum Ärgern. Oder wenn ich in der Sackgasse bin. Apropos Sackgasse. Wie kann das passieren? Klar. Irgendwann kann man sich natürlich in ein Eckchen verfahren, dass man hier gar nichts mehr anlegen kann. Dann nimmt man irgendein Plättchen, legt das dann einfach auf einen Bereich dann drauf und legt den Stein dann einfach hier rüber. So ist die Option der Sackgasse auch recht schnell erklärt. Also ein Spiel, ideal für Gelegenheitsspieler, das sich selber selbst erklärt. Und der schnellste, der benimmt sich natürlich die Punkte. Zwei Punkte. Man spielt das Ganze. Ich glaube, empfohlen ist es für sechs Runden. Ihr könnt so lange spielen, wie ihr wollt. Sechs Runden ist das Ganze empfohlen. Und der dann die meisten Punkte hat, der gewinnt. Allerdings gibt es so Schnarchnasen wie mich, die richtig langsam sind in dem Spiel. Und die bekommen dann einen kleinen Bonus. Das heißt, für die nächste Runde spiele ich dann einfach mit weniger Plättchen. Man kann natürlich noch kontrollieren, passt das wirklich, was du hier alles gelegt hast? Das machen wir schon gar nicht mehr groß, weil mittlerweile ist es eigentlich schon klar, da schaut man schon drauf, dass das passt. Aber in der nächsten Runde spiele ich beispielsweise mit zwei Kärtchen weniger. Also zumindest ein Luxus, den ich habe. Und so spielt ihr über eine gewisse Anzahl von Runden. Klar, die anderen Platzierungen kriegen je nachdem auch noch Punkte. Hängt aber immer davon ab, von der Spielanzahl. Ich glaube, bei drei Spielern war der erste, der bekommt dann zwei Punkte. Das waren aber auch schon alle Infos zum Spiel. Ihr merkt, ein schnelles Spiel, ein Hektikspiel, wie man Spiele Ligretto gewohnt ist. In dem Fall auf dem Brett. Und jetzt noch ein kleines Fazit. Ligretto. Ja, der Jörg und Ligretto erklären, beziehungsweise Ligretto spielen. Erklären war jetzt, denke ich, kein Problem. Aber spielen fällt mir einfach schwer. Naja, ich muss sagen, ich bin ja kein großer Ligretto-Fan. Ich wollte es euch aber auch vorstellen. Geschmäcker sind verschieden. Und ich weiß, dass sicherlich einige Ligretto-Fans auch hier zuschauen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich spiele dann doch lieber mit Karten in der Hand. Wenn ich schon von meinen Kindern gezwungen werde, Ligretto zu spielen. Ja, es mag ja ein tolles Spiel sein. Man muss ja auch nicht alles gefallen. Aber dann spiele ich es dann doch lieber hektisch auf die Art mit den Karten. Und weniger mit den Plättchen. Natürlich kommt man sich hier in die Quere. Teilweise nervt mich das abhängig von der Spieleanzahl. Weil alle haben hier ihre Hände parallel im Spiel. Und ich kann schon gar nicht mehr gucken. Und wenn ich schon meine Plättchen ausspiele, dann ist es schon wieder weg. Das ist aber im Kartenspiel genauso. Hier stört es mich einen Tick mehr. Aber ich wollte es an dieser Stelle nur erwähnen. Das kann vielleicht dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen stören, was den Bereich dann angeht. Das Schöne ist, man kann es natürlich variabel gestalten, was den Aufbau angeht. Was den Aufbau der Plättchen, also dieser großen Plättchen dann angeht. Abhängig von der Spielanteil. Man kann im Prinzip die Plättchen dann in Zipptüten verpacken. Und ihr habt es so schnell aufgebaut und könnt es so schnell spielen. Da auf jeden Fall ist es. Was auf jeden Fall für Jüngere. Acht Jahre ist angegeben. Die Alina spielt es auch schon mit ihren sechs Jahren. Die braucht natürlich einfach etwas länger. Aber da sie Legretto kennt, ist es überhaupt keine Hürde, das Brettspiel zu spielen. Das auf keinen Fall. Und zwei bis vier Spieler passt auf jeden Fall. Im Liebsten spiele ich es zu dritt oder zu viert. Funktioniert aber auch zu zweit sehr gut. Schnell ist es auf jeden Fall. 20 Minuten. Es hängt aber einfach davon ab, wie viele Runden ihr spielt. Das waren die Infos. In dem Fall das Spiel von Rudi Biber. Und ihr habt gemerkt, ich bin kein Legretto-Fan. Ich tue mir der schwer. Legretto liegt mir einfach nicht. Es ist kein Spiel, was mich überzeugt. Als Kartenspiel tue ich mich schwer. Als Brettspiel sowieso. Aber ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Weil Legretto-Fans gibt es einige, glaube ich, unter euch. Die haben sich ja über das Legretto-Videokartenspiel dann auch sehr gefreut. Aber das war das Brettspiel. Kurz, knackig dann erklärt. Und wenn ihr es euch holen wollt, dann gerne über die unten an links. Das ist eine Herbstneuheit. Müsste teilweise verfügbar sein. Ansonsten müsst ihr ein bisschen warten. Weil wir das ja recht frisch reinbekommen haben. Und es wirklich oft gespielt haben, die Tage. Ich muss das oft spielen. Weil es einfach so schnell geht. Die Kinder haben gesagt, komm, ein schnelles Legretto geht immer. Aber in dem Fall, dadurch konnte ich es euch auch auf die Schnelle präsentieren. Ihr habt ja auch gemerkt, es ist auch kein schweres Spiel. Wenn es euch jetzt gefallen hat, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Legretto-Fans dann seid. Ansonsten, wie gesagt, über die unten genannten Links könnt ihr das Spiel bestellen oder vorbestellen. Und über das Video teilen würden wir uns auch sehr freuen. Also ich und die Familie würden uns sehr freuen. Und wie gesagt, Daumen, Abo wäre auch super. Soviel zum Thema Werbung. Jetzt sage ich aber Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis bald. Bis bald.